Servus Leute, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge Terraria. Oh, ja, was machen wir? Keine Ahnung. Geh mal die Tiere ab, oder? Ja. Ah, ich kann ja noch nicht fliegen. Wir haben zwei einen weiten Weg. Mach das Gras so schön weg, dass die Bäume schneller wachsen. Was ist das? Also, das ist ein komisches Schwert. Ja. Du bist wieder viel, viel schneller als ich. Ja, ein Schaden, fertig. Und schon wieder regeneriert. Ich nicht. Weil ich glaube, ich habe nichts mehr zum Regenerieren mit. Ach Gott. Jetzt wird es anstrengend, die nächsten Meter. Ja. Ich brauche die Stiefel zum Fliegen oder die Rocketboots oder was es da halt gegeben hat. Ja, die Rocketboots. Oder die Engelsflügel oder so, irgendwas. Tätig gerne. Ja, oder andere Flügel, die es jetzt neu gibt. Ja, so irgendwas. Naja, wir können mal in den Untergrunddschungel gehen. Da waren wir noch nicht. Ja, wir wissen nicht einmal, wo er ist, oder? Naja, Untergrunddschungel wird unterm Dschungel sein, nehme ich einmal in der Lage. Ja, halt rechts, oder? Ja, rechts. Weil im Dschungel waren wir schon, waren wir sogar schon weiter. Ja, aber war das nicht, haben wir nicht einmal sogar links unten bei unserem Querschaftern Dschungel gesehen? Nein. Oder war, oh ja, da ich habe einen gesehen. Es gibt nur einen Dschungel auf der Map. Bist du sicher? Untergrund auch? Ja. Auch im Hard Mode? Untergrunddschungel gibt es nur unterm Dschungel. Da leuchtet was. Da leuchtet was blau. Vielleicht ist es nur eine Qualle. Wo leuchtet was blau? Achso, da unten. Da unten. Das ist sicher eine Qualle. Oh, ich bleibe immer hängen. Ja, und was immer... Da ist ein Altar. Was? Da leuchtet ein Altar. Über zwei. Es fängt jetzt schon wieder gut an. Wieso? Ich bin gleich einmal runtergeflogen. Naja, ist eh nichts passiert, oder? Nein, eh nicht, aber... Ja, siehst du. So, da kommt schon wieder so ein... Was piepst denn da die ganze Zeit? Hörst du das auch? Ist das ein Vogel oder ist das... Hinter dir ist ein Ding. Ich weiß, das ist aber mein Licht. Achso. Das erzeugt mir Licht, wenn es dunkel ist. Vielleicht piepst das? Nein, der Vogel, der da oben fliegt. Triffst du mich eh nicht. Halt den. Nein, aber was wir auf jeden Fall machen werden... Ich muss jetzt nachher noch einmal schauen, wenn der Bad zu Ende ist. Weil wir sind ja knapp vor Bad 100 schon. Ha. Haben. Und vielleicht überlegen wir sich noch ganz kurz was für Bad 100. Irgendwas. Ja. Eine Idee habe ich eh schon, aber das will ich nicht sagen. Na sicher. Verderben wir noch die Überraschung. Ach Gott. So, jetzt sind wir schon kurz. Uh, wir müssen da ja Sonnenblumen pflanzen. Stimmt, ja. Weil sonst die breitet sich ja jetzt im Hard Mode immer weiter aus. Das ist aber schier... Das will ich nicht. Und kannst du nur rückgängig machen? Wir können Halo-Seeds setzen und dann wird es zum Halo. Ja, ich glaube du brauchst nur Sonnenblumen, wird es ja auch zum Halo, oder? Ja, nein, nein, nein. Sonnenblumen halten nur die Corruption auf, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Aber gehen wir jetzt ein Stück weit weiter, oder? Nicht da wieder runter, wo wir waren. Ja, können wir. Entschuldigung. Wie letztes Mal, wie letztes Mal. Ja, ich habe dir richtig... Ja, 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 ja. Gehen wir da runter? Ja, wieso nicht? Oder gehen wir noch zwei weiter? Ja. So, da schauen wir runter. Weißt du, was wir wieder vergessen? Oh nein, ich habe Fackeln. Da waren wir schon. Ja, dann kommen wir wieder raus. Nein, ich gehe da jetzt hier unten weiter. Da haben wir ja nichts mehr erkundet mit Fackeln, sondern nur mehr durchgegangen irgendwie. So, da ist die Corruption schon wieder aus. Da sind wir ja nachher in den Schacht runtergegangen das letzte Mal. In den Schacht runtergegangen, ja. Na, war dort noch was? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, glaube nicht. Hat dann mal nachher aufgehört, einfach. Ich überlege jetzt gerade, ob wir da nicht irgendwo noch weiter runter sollen. Oder ist nachher irgendwann auch die Korruption aus? Na, irgendwann gibt es nichts mehr. Also es gibt keine unbegrenzte Altäre. Na, aber die Kugeln brauchen wir ja noch einige. Sonst kriegen wir ja die ganzen Hartmuth-Bosser nicht. Na, oh ja, die kriegen wir sehr wohl. Die werden ja nicht durch die Kugeln gespawnt. Die Kugeln beschleunigen nur zum Beispiel Meteoriten oder solche Sachen. Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir... ...z.B. eine Kugel gefunden. ...wenn wir relativ so schnell halt so viel jetzt schon haben... ...weil wir haben eh schon einige Altäre das letzte Mal gemacht... ...dass wir zuerst noch... ...ääh... ...rund uns graben. Da unten ist ein bisschen ein Erz, das kannst du abbauen. Ein hochwertigeres. Ich habe da noch eine Kugel gefunden gerade. Ich schaue da jetzt ein bisschen links hinüber noch. Habt ihr nur das Schlick irgendwo? Ich glaube Schlick ist es. Nein, eben ein Sandblock. So, wieder einmal der komische Typ. Ist er bei dir wenigstens? Ja. Bei mir ist er ja so schnell tot. Irgendwie ist es lustig. Er fliegt durch mich hindurch, macht mir Schaden. Aber weil ich ihm auch Schaden mache, regeneriere ich mich genauso schnell, wie er mir Schaden macht. Ich bin da jetzt irgendwo runtergesprungen, da geht es ziemlich tief. Ist er jetzt tot schon? Komplett? Passt. 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 Ah, okay. Mechanik Eye habe ich gefunden. Da kann man das mechanische Auge dann beschweren, oder? Mhm. So, ich bin jetzt da, wo wir letztes Mal waren. Da haben wir ein Bilder vergessen, abzuholen, so wie das ausschaut. Ich weiß nicht, mein Minimap funktioniert ja irgendwie nicht so. Findest du mich, glaubst du? Ah, ja, glaub ich schon. Aber ich habe jetzt noch einen Altar gefunden. Also, ich werde den Altar noch abbauen. Ich überlege gerade, ob ich da nicht einfach weitergehe jetzt einmal. Geh es doch einmal weiter, finde ich schon. Ich beleuchte eh einfach den Weg. Dann solltest du es eigentlich relativ einfach haben. Boah, dummer Bogenschütze. So, da ist das. Welches ist jetzt das beste? Er hat es noch einmal das rote, oder? Nein. Nein. Ich habe da jetzt ein schönes Orekalten vorkommen gefunden. Das silberne, oder? Titanium. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie das ausschaut. Da habe ich jetzt noch einmal so ein... Das Kupferfarbe, oder? Ja, das Palladium. Genau. Das ist das erste, genau. Genau, das war das erste. Dann hat es... Dann war das rote schon. Dann war das rote. Weil das ist... Orekalikum. Das ist ein komischen Name, genau. Und dann das dritte ist Titanium. Das ist eine Kiste, das ist unter Wasser. Na, wieso will er da keine Fackel hinsetzen? Äh, ist da irgendwas drinnen? Magic Miro! Na bitte. Endlich. Endlich ausdehnen. Das hat aber eh ewig dauert. Ja. Können wir uns beide zurückteleportieren? Brauchen wir nicht mehr sterben gehen. Du nicht mehr. Hm. Jetzt war ich nervig genug. Jedes Mal da. Ich habe immer dein Geld bekommen, also ich kann mich nicht beschweren. Und bin dann meistens selber gestorben, bevor ich zurück teleportieren konnte. So, ich komme da gerade nicht drauf. So, ich gehe gleich weiter in den Schacht hinunter. Das ist gut, wenn Titanium edit. Ja, das stimmt. Das stimmt, meine komischen Pfeile, äh, Pfeile, Silberkugeln, was, äh, Silberkugeln, die Kugeln, da, was ich da fliegen kann, wenn ich mich angreife, höre ich nur immer die ganze Zeit nach in der Ferne, wenn irgendwelche Vasen zerbrechen. Na ja, das ist, halt alles hat seine frohe Nachteile. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist, wenn die zerbrechen. Ja, wir kriegen halt den Loot nicht mehr. So, aber ich glaube, wir werden da jetzt noch ein bisschen runtergehen, wenn du nachher bei mir bist, gemeinsam. Und dann hätte ich vor, dass wir vielleicht, äh, den Querschacht einfach rübergraben in Richtung unseren Hauptschacht. Dass wir dort sozusagen einmal einen Querschacht haben, wo wir nachher relativ schnell nach dem Erzen suchen können. Weil wenn wir zu zweit mit unseren starken Dingen graben, sind wir da eh gleich drüben. Dann geht das flott. Das hat ja nur so lange dauert, immer wenn wir es angefangen haben. Schau, wieder eine goldene Truhe. Jetzt wird ein bisschen beleuchten da. Ich baue ja da auch die ganzen, weiß nicht, die ganzen Bilder und so weiter ab. Statuen. Noch eine goldene Truhe. Zwei sogar. Noch ein Magic Mirror. Jetzt, wenn du da mal einen hast, finde ich, es geht noch einen. Das ist immer so. Ja. Noch eine Magic Mirror. Ah, du musst jetzt zu mir kommen. Ja. Weil ich kann nichts mehr looten. Halt, ich muss jetzt irgendwie schauen. Entweder ich gehe zurück oder... Weil ich bin komplett voll, nehme ich mein Inventar jetzt schon. Ich schau da, was ich was am besten wegha... Ob ich was weghauen soll überhaupt. Die Blinkview, die brauche ich sicher nicht. So, dann hauen wir mal die Truhe weg da. Schauen wir da mal rum. Aber die Truhe kannst du mir geben, die kann ich stacken. Ne, ich habe auch goldene Truhe und drei schon. Weil wir müssen vielleicht eh nachher schauen, wenn du bei mir bist, dass wir gut zusammen stacken alles. Bist schon da, oder? Ja, genau. Warte mal, dann haue ich da mal rüber. Was hast du noch so Zeug? Hast du Spinnenweben? Ja. Okay, hast du Bomben? Ja. Glaub ich. Hast du Shadowscale, die hast du sicher. Ja. Dann hast du Dämonie sicher. Ja. Dann hast du... Was könntest du noch haben? Da ein bisschen Wut. Weiß nicht, ob es dann... Dynamit? Ja. Healing Potions? Ja. Pilze? Mushrooms? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Gel? Ja. So, das reicht einmal. Ich würde sagen, gehen wir da noch ein bisschen weiter. Da oben war ich jetzt noch nicht. Aber ich bin da wenig nicht hinkommen, so sinnvoll. Jetzt hab ich schon wieder blinken geholt's. Wozu habe ich einen Wooten Table einstecken? Weiß ich nicht, wie es getroppt bekommen haben, oder was? Hast du schon irgendwo Platin gefunden? Ah, Titanium meine ich. Ist das ja. Oh, ich habe einen Life Crystal gefunden. Bleiben wir aber zusammen irgendwie ein bisschen. Nicht, dass wir wieder auseinander gehen und so alleine. Ewig suchen. Ich habe Orichalcum, oder wie das heißt. Und da unten ist wieder. Das, achso, Orichalcum. Ja, habe ich auch einige schon gefunden. Kann ich mehr daraus die Rüstung bauen, dann? Die habe ich schon. Ja, ich weiß, aber ich auch. Ja, du kriegst den nachher gleich auch. Ich würde gerne gleich die Titanium-Grüßung nachher haben. Hey, da ist Titan, äh, Platin. Ah, das ist aber das Falsche, oder? Ja, ja, Titan ist das teure. Eine Statue. Ist das der dunklen Titan? Oder ist es auch Platin? Eyeball. Platin. Hey, Life Crystal. Ist das der dunklen Titan? Hast du einen, ich einen. 380er bin ich. Du auch jetzt. Ja, ich auch. So. Was ist denn da ja für ein Erz-Petit da unten? Gwesen. Ähm. Weiß es nicht. Das ist Sinn. Okay. Halt eigentlich nicht sowas besonderes. Nein. Eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich habe was gesehen. Soll ich da runtergraben zu dir? Na, das passt schon. Ne, wir können ja gleich weitergraben nachher. Ich muss nur einmal Luft holen. Da ist ein Haufen. Ja, scheiße, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Da bei mir ist Luft. Palladium hast du einen Haufen gefunden. Wieso verwende ich überhaupt die Lesser-Healing-Potion? Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber was ich auch nicht verstehe... Das kommt doch an, je nachdem wie man es im Inventar hat. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass ich nicht auf die Uhrzeit schaue. Und wir sehen uns dann gleich am nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Servus.